Schau dir doch mal die an. Junge, was die für Frisuren haben. Das sind doch die totalen Emos. Oh, du hast eine Elite. Nein, oh shit. Oh, fuck my life. Alter, was zum... Junge, die haben einfach fast mein komplettes Team in wenigen Sekunden ausgelöscht. Junge, die machen wieder so viel Damage. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Du hast dich verdreht. Dein Bein ist verdreht. Ich bin unverletzt, aber ich komme nicht zu euch durch. Ich muss da einen wegziehen. Ich gehöre auch einer zu den Großen, oder? Guck mal, ich bin die... Ich bin die Größte von denen. So ein ganzes Creepy aus. Handschuhe, die sind da. Hey, will die mich verjagen, oder was? Was ist denn mit denen, Junge? Was für abgehobene Zicken? Ach so, mindestens eins. Okay, warte, eins kann noch sterben. Fuck you, nein, 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 Jetzt lasst mich. Geh weg. Geh weg. Wem kriegt ihr mich nie, ihr Schweine? Der kriegt mich nie. Keiner ist so schnell wie ich. Oh fuck, da ist ein Sackgasser. Nee, doch nicht. Ja. Wer kann mich einholen? Nein, der ist nicht schneller, der ist nicht schneller, der ist nicht schneller, der ist nicht schneller. Ach fuck ey. Was wird das hier ey? Was wird das hier in Bett drin? Scheiße. Mann, ich wollte, dass der da runter fliegt. Mann, oh scheiße. Mann, ich finde es auch nach dem tausendsten Mal, finde ich es immer noch lustig, irgendwen hier runter zu kicken. Kuckuck. Ah, ich liebe das, wenn das funktioniert. Ich meine, ich könnte ja auch schnell auf die Haar switchen. Ja, ich bin oben. Ich, ja, ja. Nein. Wie kommt man da hoch? Neu, ich bin gut, ich bin okay. Oh nee. Gott of the woman. Bis zum nächsten Mal.